Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T. aus Karlsruhe, Freunde. Thema heute, Thema heute, 8, 9, 10 Stunden sitzen, 11, 12 Stunden sitzen. Im Verhältnis dazu eine Stunde Sport. Hebt die eine Stunde Sport, diese 8, 10, 12 Stunden sitzen auf, können wir durch eine Stunde Sport diese 8, 9, 10, 11, 12 Stunden sich aufhalten in einer nicht artgerechten Haltung, sitzen, denn sitzen nicht artgerecht, können wir das aufheben mit einer Stunde Sport? Nein. Die Antwort ist eindeutig nein. Das ist belegt, dass es nicht möglich ist, 8, 9, 10 bis 12 Stunden sitzende Tätigkeit sich verharren in einer nicht artgerechten Haltung, dass dies durch eine Stunde Sport sozusagen verschwindet. Ist es nicht. Auf was ich jetzt raus möchte, ist auf Aussagen. Und zwar gibt es da draußen ganz viele Aussagen von schlauen Menschen, würde ich nicht sagen. Nein, würde ich nicht sagen. Sondern von Menschen, die ein geschicktes Marketing machen. Ein Marketing, wo es darum geht, eine Antwort zu generieren für eine Frage, für einen Wunsch, den ganz viele Menschen haben. Und zwar den Wunsch, dass mit einmal 20 Minuten der Woche Sport alles gut ist, alles wunderbar, keine Angst, sie werden nicht mehr krank und durch den Stoffwechsel werden wir, durch diese 20 Minuten Sport werden wir aktivieren. Ist alles gut, es wird nichts passieren, es ist gesund, einmal 20 Minuten in der Woche reichen aus. Dass ich allein, dass ich es erwähnen muss, allein, dass man Menschen, die selbstständig Auto fahren dürfen, wählen dürfen, Kinder in der Welt setzen dürfen, wählen dürfen, dass man diesen Menschen sagen muss, dass sie einmal 20 Minuten in der Woche Quatsch sind. Dass es besser ist, wie nix. Toller Spruch, besser wie nix. Super. Dass wir selber nicht auf die Idee kommen und sagen, ja gut, also ich arbeite in der Woche 40 Stunden, mindestens sitzen manche 50, manche 60 Stunden, manche fahren am Tag 10, 12 Stunden Auto und machen in der Woche einmal Sport und dann gleicht das alles wieder aus. Das ist doch eigentlich Unsinn, dass man sowas jemand sagen muss. Normalerweise sollte uns Menschen das einleuchten, dass dieses Verhalten, nicht sich artgerecht zu verhalten, sitzen den ganzen Tag, in die vierte Kiste zu gucken, immer die gleiche monotone Tätigkeit zu machen, das nicht dazu führt, dass wir gesund erhalten bleiben. Dass dies natürlich Stress gibt und ein Stresspotenzial vom Körper ist, sollte uns allen einleuchten. Deswegen ist es nicht wahr, dass wir mit einmal 20 Minuten oder mit zweimal 20 Minuten Sport in der Woche uns gesund erhalten. Wir müssen immer gucken. Die Dosierung macht das Gift. Und 40, 60, 70 Stunden sitzen, arbeiten, was manche machen, machen wollen, machen manche müssen, ist gut, wenn sie das alles freiwillig machen und wenn es so sein sollte, ist gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in die Waagschale gegenüber was reinlegen müssen, um letztendlich diese Schädigung, die wir damit praktizieren, zu kompensieren. Und deswegen ist mein Wunsch immer von meinen Coaches, dass sie dreimal in der Woche für 60 Minuten mindestens Zeit haben, in ihre Gesundheit durch Bewegung zu investieren. Durch Bewegung eine Kombination aus Kraft, Ausdauer und Mobilitätsübung in ihre gesunde Zukunft. Dreimal pro Woche. Ihr habt gerade gehört, es ist wissenschaftlich belegt, dass 8 bis 10 bis 12 Stunden sitzen oder Tätigkeit in einer nicht artgerechten Haltung mit einer Stunde Sport pro Tag nicht kompensiert werden kann, was die Schädigung anbetrifft. Also dürfte die dreimal 60 Minuten doch nicht zu viel verlangt sein. Klar, es macht keinen Sinn, Menschen 5-6 Mal trainieren zu lassen, wenn sie durch diese Häufigkeit in den Stress kommen. Wenn sie dadurch gestresst sind, dreimal in der Woche, funktioniert bei 99% aller Menschen, wenn sie wollen. Außer es ist jemand sehr schwer krank, das sind die eine Prozent, dann ja, geht nicht anders. Aber bei allen anderen funktioniert das. Ich habe oft die Argumente, ja, ich schaffe nur ein, zwei Mal. Dann kommt meine Frage, was machst du samstags und sonntags? Arbeitest du oder nee? Ja. Der Samstag fängt nachts um 24 Uhr und geht bis zum nächsten Tag 24 Uhr. Wir haben 48 Stunden. 48 Stunden zur Verfügung, wo wir jetzt nicht arbeiten gehen müssen, wo wir nicht gezwungen sind, arbeiten zu gehen. Bei dieser Person und bei diesen Personengruppen. Da kriege ich es doch hin, zweimal, auf jeden Fall am Wochenende mich zu bewegen. Zweimal 60 Minuten. Natürlich geht das. Dann haben wir nur noch einmal in der Woche, wo wir einplanen müssen, noch einmal in der Woche eine Stunde Sport einzubauen. Und somit ist das für mich das minimalste Grundinvestment in seine Gesundheit, dreimal pro Woche 60 Minuten intensiven, schweißtreibenden Sport zu betreiben, Kraft, Ausdauer, Mobilität. Grundvoraussetzungen für eine gesunde Zukunft. Denn die Bewegung. Brauchen wir denn eigentlich Bewegung? Ja. Unsere Muskulatur, unsere Bänder, unsere Sehnen, unsere Knochen, unser endokrines Hormonsystem lebt davon. Das lebt nicht nur vom Sitzen und nicht nur vom Schlaf, sondern auch von der Bewegung. Und zwar von der intensiven Bewegung. Yin und Yang. Immer versuchen Ausgleich zu schaffen. Natürlich, wenn wir 40 Stunden arbeiten, können wir keine 40 Stunden Sport machen. Das wird für Normalsterbliche nicht gehen. Und wenn ihr jetzt mal genau reinhört, dann sind diese drei Stunden doch nicht wirklich viel. Das ist doch ein Investment in deine Gesundheit. Das ist ja nicht so, dass man da irgendwas verlangt, was nichts taugt, was nichts bringt, was umsonst ist. Das ist ein Investment in deine Gesundheit. Investment in deine gesunde Zukunft. Ja, es ist, wenn man genau reinhört, ist es lächerlich, darüber nachzudenken, habe ich tatsächlich drei Stunden Zeit pro Woche in meine Zukunft zu investieren, in das wertvollste auf dieser Welt, was es gibt. Muss man da drüber diskutieren? Warum gibt es solche Aussagen? Na ja, einmal in der Woche 20 Minuten reicht aus. Warum gibt es denn diese Aussage? Warum gibt es denn diese Aussage, dass mit diesem Pulver, wenn du das trinkst, dass du dann schlank wirst und jung bist? Weil nach diesen Antworten gesucht wird. Weil die Psychologen, die Werbepsychologen ganz genau wissen, was wir suchen. Wir möchten mit keinem Aufwand ganz viel erreichen, aber das geht eben nicht. Das geht eben nicht so, wie sich der Mensch vorstellt, dass wir mit wenig Aufwand viel erreichen. Das geht nichts. Sondern wir brauchen ein gewisses Grundinvestment, um einen gewissen Erfolg zu feiern. Egal, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Beim einen geht es schneller, beim anderen geht es langsamer. Aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Um was zu erreichen, sollte ich ein gewisses Grundinvestment betreiben. Oben habe ich einen Trichter, da schmeiße ich rein, da kommt unten natürlich auch viel raus. Wenn ich oben nichts reinschmeiße, kommt unten nichts raus. So einfach ist das. Und genau deswegen möchte ich euch heute damit belegen, dass eben diese 3x Sport in der Woche ein Grundinvestment, es stellt kein Maximum dar. Das ist ein Minimum. Ein Minimuminvestition. Ja, wenn ihr 6x in der Woche 30 Minuten macht, ist auch gut. Wenn ihr 7x in der Woche 20 Minuten macht, ist auch gut. Auch das geht. Denn unser System, das wir haben, die Muskulatur, die Bänder, die Sehnen, die Knochen, die leben von Bewegung. Die werden nur am Leben erhalten, wenn wir das System benutzen. Use it or lose it. Wenn wir es nicht benutzen, baut der Körper das ab. Wenn wir es nicht benutzen, dann sieht das System unbeschissen aus. Wenn wir unsere Knochen nicht strapazieren, regelmäßig im gesunden Maß, dann lässt die Knochendichte nach. Wenn wir unsere Muskulatur nicht belasten, dann verliert die Muskulatur an Funktion. Und wenn die Muskulatur an Funktion verliert, dann wird das Gelenk nicht stabilisiert. Wenn die Muskulatur nicht belastet wird, dann führt es zu Schmerzen. Wenn wir uns nicht recken und strecken und bewegen im funktionalen Bereich eines Menschen, dann haben wir Rückenschmerzen. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, dann haben wir Rückenschmerzen. Dann können wir eine Tablette nehmen, das ist richtig. Das wäre der einfachste Weg. Aber es behebt natürlich nicht die Ursache. Deswegen, ihr Lieben da draußen, regelmäßig Sport zu betreiben, macht Sinn. Dreimal in der Woche intensiver Sport, schweißtreibender Sport, der uns auch ein bisschen in den Bereich bringt, dass wir rausgehen aus der Komfortzone. Macht Sinn. Denn unser System stirbt eher an Unterlastung und Überlastung. Denn unser System ist nach unten und nach oben belastbar. Nach unten ist es sehr belastbar. Wir können stundenlang auf dem Sofa liegen, die Füße hochlegen. Überhaupt kein Problem. Wir können stundenlang auf dem Stuhl sitzen, nichts tun. Einfach nur vor uns hin klimmern, ist super. Aber das macht definitiv keinen Sinn. Denn das System braucht Belastungen, gesunde Belastungen. Wir brauchen einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, ob das für den Körper ist oder für den Geist, das ist völlig Bums. Für beide Bereiche brauchen wir eine gesunde Homostase. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir irgendwann früher oder später ein Problem. Und wir Menschen möchten kein Problem, denn das Problem ist meistens ein gesundheitliches Problem. Und das gesundheitliche Problem brauchen wir nicht. Sondern wir wollen gesund alt werden. Menschen, die gesund sind, haben ganz viele Wünsche. Und Menschen, die krank sind, haben nur einen Wunsch. Deswegen ist es wichtig, dass wir präventive Maßnahmen ergreifen, in unsere Gesundheit zu investieren. Und da ist Tramisch-Sport in der Woche wirklich nicht zu viel verlangt. Also hört auf, hört auf zu glauben, dass ihr mit 20 Minuten oder 40 Minuten pro Woche, dass da alles gut ist. Hört auf zu glauben, dass diese Werbeaussagen was Gutes wollen. Die Werbeaussagen sind für euch da, weil sie wissen, dass ihr keinen Bock habt, euch zu bewegen. Weil ihr wisst ganz genau, dass ihr euch bewegen müsst. Aber ihr habt keinen Bock drauf. Deswegen ist diese Werbung genau für dieses Kundenklientel maßgeschneidern. Denn die soll dann auch noch Geld ausgeben. Auch wenn es nichts nützt, ist es wurscht. Aber sie haben zumindest das finanzielle Potenzial von dem Kunden geschnappt. Denn die Kunden möchten genau diesen Spruch hören, dass sie mit nichts viel erreichen. Funktioniert nicht. So, jetzt habe ich genug geschimpft. Wobei, das ist nicht schimpfen. Das dürft ihr nicht fair interpretieren. Das ist einfach mein Thema und da bin ich vielleicht etwas impulsiv, weil ich immer wieder mit diesen Aussagen konfrontiert bin, mit diesen Werbeaussagen konfrontiert werde, die extrem verbrannte Erde hinterlassen. Denn diese Menschen, die diese Werbung lesen, die kommen zu mir. Und wenn ich dann meine Beratung ansetze und sage, was sollte man denn eigentlich alles tun, um rechtzeitig in seine gesunde Zukunft zu investieren, in Form von Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, Schlaf, dann werden die Augen größer, größer, größer und die Panikattacke steht kurz davor. Ja, aber Moment, ich habe da gelesen, 20 Minuten. Ja, Moment, aber 5 Stunden Schlaf, 4 Stunden Schlaf reichen völlig aus. Kein Mensch muss mehr schlafen, wer erfolgreich werden will, muss morgens auf 4 aufstehen. Ich muss den Karren aus dem Dreck ziehen, muss die Leute erstmal wieder resetten, wieder vernünftige Grundideen geben, vernünftige Visionen, die auch umsetzbar sind, um mit diesen Menschen natürlich auch dauerhaft Erfolg zu haben. Um, dass diese Menschen auch ihr Ziel erreichen, muss ich den Karren aus dem Dreck ziehen. Das nervt, wenn man dann solche Werbungen liest, wo die Leute nur verarscht werden von morgens bis abends und noch schlimmer ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die dann auch so naiv sind, das 1 zu 1 übernehmen. Obwohl es schon tausende Mal bewiesen wurde, Abermillionen Mal bewiesen wurde, dass es nicht funktioniert. Nichts ist trotzdem weitergemacht. Und genau deswegen gibt es auch immer wieder einen Film von mir zu diesem Thema, um Menschen zu sensibilisieren, sich mal genauestens Gedanken drüber zu machen und auch von meiner Seite aus Argumente zu bringen, warum es nicht so ist. Warum man diese Aussagen widerlegen kann. Warum 20 Minuten niemals dafür sorgen kann, dass der Körper entsprechend funktioniert. Warum? Weil wir ausgelegt sind für 20.000 Schritte am Tag, pro Tag. 10.000, sagt die Gesundheitsorganisation. Wir sind aber nur bei 2.000, 3.000. Unser muskuläres System kann jeden Tag Gewichte bewegen. Es ist nicht verdammt zu sitzen. Das Skelett ist nicht ausgelegt zum Sitzen. Das Skelett ist ausgelegt zum Stehen, zum Liegen, zum Bewegen, aber nicht zum Sitzen. Unsere Augen sind nicht ausgelegt, dass sie die ganze Zeit auf so einen mini kleinen Bildschirm starren. Sind sie nicht ausgelegt. Sondern wir sollen auch mal in die Weite schauen. Nicht nur auf eine vierjährige Kiste. Unser Körper ist dafür ausgelegt, nicht nur in einem beheizten Raum die ganze Zeit sich aufzuhalten, sondern auch mal draußen in der frischen Luft, im natürlichsten Habitat sich zu befinden. Damit wir unser System erhalten. Denn unsere Gene, die rennen noch im Wald rum, die sind uralt. Die haben noch starke Ähnlichkeiten mit dem Urzeitmenschen zu 99,8%. Aber das was wir tun, hat mit dem nichts mehr zu tun. Müssen wir auch nicht. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, wir sollten einen Anteil unserer Zeit, die wir zur Verfügung haben, sollten wir in unsere Gesundheit investieren. Das ist Bewegung. Nicht nur 20 Minuten, wenn wir in der Lage sind, 20.000 Schritte zu gehen. Wenn wir in der Lage sind, einen Baum hochzuklettern, was wir heute nicht mehr machen. Wenn wir in der Lage sind, schwere Sachen zu sagen, was wir heute nicht mehr machen. Ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen ein Problem bekommen? Deswegen, Freunde, das Fitnessstudio ist das neue Jagdgebiet für den Mann. Weil da werden viele Bewegungen so gemacht, wie es im Ursprung mal war. Das Laufen draußen, das Schocken draußen, ist auch das, was der Mensch ursprünglich mal gemacht hat. Unser Gene freut sich, wenn wir das wieder tun. Unser Körper freut sich, wenn wir ein Reinvestment in unsere Gesundheit betreiben. Wenn wir einen Ausgleich schaffen für Anspannung, Entspannung, freut sich unser Körper extrem und bedankt sich dann mit viel Leistungsfähigkeit, mit Gesundheit. Und mit einem hohen, gesunden Alter, dass wir gesund alt werden. Wir können genetisch gesehen wie 120 werden, werden wir aber nicht. Warum? Weil wir ganz viele Schindluder betreiben. Der deutsche Mensch, der Durchschnittsbundesbürger, wird älter, aber nicht gesund älter. Er wird am Leben erhalten durch Medikamente, durch Operationen, durch alles Mögliche. Wir können die Lebensqualität verbessern, indem wir ein Reinvestment in unsere Gesundheit betreiben. Deswegen, Freunde, denkt bitte daran, wenn ihr eine sitzende Tätigkeit habt, wenn ihr euch nicht mit Sport beschäftigt, beschäftigt euch ab sofort damit. Denkt daran, dass ihr Bedarf habt und dass ihr es euch wert seid, das zu tun. Denn ihr seid etwas ganz Wertvolles für euch, für eure Familie, für euer Umfeld. Seid ihr etwas ganz besonders Wertvolles. Und deswegen präventive Maßnahmen ergreifen, ab in die Zukunft investieren, in eine gesunde Zukunft. Das ist nur von Vorteilen geprägt, nicht von einem Nachteil. Außer, du suchst einen Nachteil und sagst, die drei Stunden bin ich mir es nicht wert. Dann hast du einen Nachteil gesucht, aber es ist kein echter Nachteil. Gut, ihr Hübschen da draußen, das war es schon wieder. Ihr kennt das Spiel, 72-Stunden-Regeln nicht vergessen, wenn ihr was aufgefallen ist. Ihr müsst nicht alles umsetzen. Aber vielleicht ist ein Punkt mit dabei, ein Punkt, wo ihr sagt, ja, da habe ich unbedingt Bedarf. Dann setzt doch um. In den nächsten 72 Stunden was wir tun. Kommt ins Tun. Fangt an, daran zu arbeiten. Dann kann ich euch sagen, ihr werdet Erfolg haben. Macht's gut, bis bald. Ich habe euch lieb. Seid lieb zueinander, seid anständig. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Bemerkung, wenn ihr das geil findet. Bis dahinter, ich muss Gas geben, meine Batterie ist leer. Tschüss.